Das ist übrigens hier, der, kennst du, der macht hier Wasserpfeifen. Ganz heißer, ganz heißer Typ. Einer der wenigen vernünftigen deutschen Glaskünstler, der übrigens Hilfe braucht. Der bei dieser Scheißflut in Deutschland richtig baden gegangen ist, richtig untergegangen ist. Also wenn ihr jemanden supporten wollt und die Community wirklich mal zeigen will, was ihr kann, dann bitte supportet Merlin. Ja, absolut. Und hast du deine Werkstatt immer noch nicht wieder aufgebaut, oder was? Zwei Wochen mit Lumpfspur. Okay, fuck. Das ist noch lange nicht alles fertig. Also ist noch lange noch nicht alles fertig. Also Leute, bitte supportet den noch. Geht mal auf Merlin auf die Seite. Da kriegt ihr auch die Daten. Und hier am Sonntag ist hier auf der Hemsfair ein Meet & Greet noch mit dem jungen Mann hier neben mir. Ich bin nur heute da. Ach, du bist nur heute da. Was verspreche ich den Leuten denn? Ja, dann machen wir das heute Abend. Okay? Jo, machen wir das heute Abend. Machen wir heute Abend. Kleines Meet & Greet am Stand H10, Leute. Also, wer den jungen Mann hier mal kennenlernen will, Johnny Depp, kommt vorbei.